Hallo, ich bin Karin Müller und ich bin Franchise-Partnerin der ML Music Academy für den Standort Berlin. Ich habe mich für das Music Academy Franchise entschieden, weil ich endlich mein eigenes Ding machen wollte und gleichzeitig aber diese Absicherung ja habe durch dieses Netzwerk, eben durch dieses Franchise. Das hat es mir ermöglicht und mich ermutigt, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Die Zentrale hat mich bei der Unternehmensgründung ja von Anfang an begleitet. Sie war eigentlich immer da und hat immer unterstützt und hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden. So hatte man von Anfang an das Gefühl, man wird geführt, begleitet, man bekommt alles, was man wissen muss, was man haben muss und dann kann es losgehen. Heute im Alltag erlebe ich die Unterstützung durch die Teamzentrale genauso gut wie am Anfang eigentlich. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell sie reagiert und wie umfassend auch die Hilfe ist und die Hilfsmaßnahmen oder was man bekommt, einfach gemacht bekommt, worum man sich einfach nicht kümmern muss. Das erleichtert den Alltag schon sehr. Ich bin der MA sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, mich auf diese Art und Weise zu verwirklichen. Ich wäre von allein nie auf die Idee gekommen und hätte das alleine auch nie so umsetzen können. Ich möchte, dass meine MA in Berlin bekannt wird und unseren guten Namen weiter in diese Stadt hineinträgt. Ich möchte, dass sie erfolgreich ist, dass sie viele Schüler anzieht, dass sie ein Haus der Musik ist, was ausstrahlt in allen möglichen anderen Bereichen. Die Entscheidung für dieses Franchise habe ich nie bereut. Ich denke immer noch, das ist genau das Richtige und es ist auch genau das richtige Franchise. Ich denke, dass sie ein Haus der Lampe ist. Ich danke dir! Ich danke euch! Ich danke euch! Ich danke euch! Untertitelung des ZDF, 2020